Die Videoanalyse mit der Viana App, die gibt es für Apple und kann man sich downloaden und für eine Videoanalyse braucht man Video auf Rack klicken. Dann kommt das Video, also hier auf Rack und aufnehmen, fertig und du brauchst natürlich hier irgendeinen Namen und dann kann ich es loslegen. Das ist, als erstes würde ich hier einen Maßstab eingeben, das sagt man von hier nach hier sind es 100 cm zum Beispiel und am besten vorher aufnehmen. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten, ich kann die Bewegung manuell oder farblich oder mit Bewegung machen. Bei manuell muss man das Ding hier ziehen und dann tippen, also ziehen, tippen. Aber wenn ich einen schönen Farbunterschied habe wie bei diesem gelben Ball, dann kann ich auch auf Farbe klicken, ziehen, tippen und dann macht er alles automatisch. Das ist recht schön und dann habe ich hier so ganz viele Punkte und gehe dann auf diese Graphen, auf die Analyse. Da kann ich so hin und her scrollen zwischen verschiedenen Sachen. Da habe ich die Zeit, wenn hier noch, also hier ist Y, wenn da noch Y im Pixel steht, hat man vergessen den Maßstab zu machen. In dem Fall habe ich eine schöne Parabel und hier ist die Geschwindigkeit V. Und die, jetzt machen wir das da weg, das interessiert mich nämlich, ich habe hier die Geschwindigkeit, die liegen ungefähr auf einer Geraden. Und das gilt ja für die Beschleunigung, A ist Delta V durch Delta T. Das heißt, ich habe hier ein Dreieck, ich habe hier ein Delta V, ein Delta T, Geschwindigkeitsdifferenz, Zeitdifferenz und ich sollte jetzt hier ungefähr die Erdbeschleunigung rausbekommen mit dieser Videoanalyse. Gut, und ich habe für mich, bin mal gesprungen, ich habe hier ein rotes Cappy aufgesetzt und dann funktioniert die Farberkennung auch mit mir. Laufen, Rennen, Beschleunigen, alles Mögliche. Und wieder das Gleiche, genau, nee, Farberkennung und genau. Ach ja, und am Schluss kann man die Daten auch noch exportieren und als Tabelle anschauen. Das war jetzt mein Sprung. Was ist passiert? Ich gehe in die Hocke, springe hoch und falle wieder runter und bremse. Und hier ist die Geschwindigkeit V und damit habe ich, das ist mein Absprung. Also dieses Dreieck, ja, wieder Delta V durch Delta T, dieses Dreieck ist steiler als hier der freie Fall. Also in dem Fall sollte A gleich Delta V durch Delta T, sollte ungefähr 9,8,1, also ungefähr, sagen wir mal, 10, ja, so 10 Meter durch Sekunde Quadrat, soll es rauskommen. Und ich habe da offensichtlich, wollte ein bisschen hoch springen, bin da steiler hoch mit, mit mehr als einem G bin ich hochgesprungen. Noch so ein paar Hinweise, wenn einer auf die Kamera zuläuft, das ist schlecht, das bringt gar nichts. Man sollte stillhalten, wenn einer mitzieht, hat die Videoanalyse-Software keine Chance. Also die Kamera immer parallel, so eine gedachte Ebene mit der Bewegung, ja, und die Kamera immer parallel zu dieser Ebene halten. Nicht mitziehen, möglichst stillhalten. Und es sollte, also so ein Maßstab sollte immer drin sein. Die Videoanalyse braucht keine Zeit. Wenn ich ohne so eine Vianer-Software arbeite, dann ist es noch gut, eine Zeit reinzuhalten. Und dann kann man Ball werfen oder Rennen oder irgendwas und kriegt die Beschleunigung. Und dann ist es noch bei der Accessibilität.